Tango Athletics, mal wieder etwas Neues von Markus Frank. 80% Athletik und 20% Schönheit, Tango Musik, fließende Bewegungen. Ja, und da hat er ausgerechnet mich gebeten, Sie und Euch zu motivieren. Jetzt hat der eine oder andere gesehen, wie schlecht ich bei Let's Dance war. Ja, für die Öffentlichkeit hat das nicht gereicht. Aber durch dieses Tanztraining habe ich gelernt, wie schön es eigentlich ist, sich zur Musik zu bewegen. Und wenn man es so für sich macht, ist das ein ganz grandioses Training. Also ich werde kein großer Tänzer mehr werden und Tango-Tänzer sowieso nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, Tango Athletics, diese neue Idee von Markus Frank zu verinnerlichen. Und ich werde mich immer wieder vor den Spiegel stellen und es versuchen. Und darauf kommt es im Leben an. Und ich glaube nach meinen Erfahrungen bei Let's Dance, dass das sehr viel Spaß machen wird. Also Tango Athletics von Markus Frank unbedingt die Probestunde mal ausprobieren.